Hast du einen schwachen Magen? Willst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen? Bist du noch keine 18 Jahre alt? Bist du zu jung? Tut mir Leid. Feilige Scheiße, was geht denn bei euch ab? Bei uns, wo der Kommhäler hat der Tori, sag ich mal nur. Ey, ganze Bude aus Reispappe, ey, das kann nicht sein. Ich will auch einen haben. Oh, was? Der Infusor ist eh hier, der Infusor ist eh hier. Oh, ich hab den gar nicht gestorben. Oh nein, ich auch. Er stand da vor mich, hab ihn nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich hab ihn nicht als... Gegner eliminiert. Ich hab ihn. Nice. Oh, Manni. Oh, Scheiße, was ist da los? Noch einer. Ah, fuck. Digga, warum wir erwerben. Kann ich reingehen? Vielleicht noch einer drin, Jens. Nein, ich biege auf. Schnell. Absichern und helfen. Jan, absichern. Jan, absichern. Da ist er doch drin. Cut. Jan, hätte nur absichern müssen. Ich hab nachgeladen worden. Weißt du, wie lange wir uns so einen Scheiß-MG nachnehmen? Ja, dann nimmst du die Pistole. Da hin. Mann. Mann. Wir hätten locker gewonnen. Mann, jam. Oh, Mensch, Jan Pille, Mann. Sagst du noch, sagst du noch? Absichern, absichern. Und er spürt da an seinem MG rum. Ja. Und noch die Ketten einölen vielleicht noch. Und neuen Stiel ranmachen. Zugriff. Der kann schief werden und sowas. G36. Hier um die Ecke schießen. Meine hast ihn? Ja. Oh, nein, Digga. Dieser fette Hack ist ein Monster. Monty kommt. Monty ist perfekt. Monty kommt. Monty ist bei mir. Ja, lass ihn kommen. Nein. Da oben. Nois. Kommt noch einer. Du, ich hab ja auch schon meine Wechseljahre, ne? Und nicht so wie du. Ja, Wechseljahre schwitzt man? Nein. Gib das mal ein bei Google, Wechseljahre. Nee. Ja, sehr trockene Wechseljahre. Dann kommt wieder irgendwas mit so einem komischen Goethe oder was. Aber wisst ihr das alles nicht? Ja, Manni, machen wir das gleich nochmal jetzt, oder was? Ja, klar. Einmal da reinrotzen. Pass auf, die waren auf. Ja, die waren schon auf. Die treffen ja noch nicht mal die Drohne. Aber warum sind die Mainer in Gang, oder? Was ist denn da so? Ich fahr jetzt mal meine Runden. Oh, ich bin tot. Nein, scheiße, durch diese Ritze da. Pass auf, Fuse. Boah, Digga. Nice. Springt er rein, oder springt er nicht rein? Nee, der ist da. Okay. Fünf Sekunden hinter euch. Ja. Hat sich gar nicht getraut, reinzukommen. Wo war der hinter euch, oder wo? Ja, der war hinten, da, wo Blitzheit war, hinter der Ecke da. Einer hab ich weg. Ey, da ist doch noch einer. Sag mal, das sind drei Stück. Links in der Ecke war einer in dem Raum, wo du hin aimst. Wenn du, wenn du links nach unten aimst, dann war doch ein Gegner übrig. Digga. Wenn du jetzt, wenn du jetzt dahin aimst, links unten. Links unten, links unten. Nein, nicht da. Wenn du weiter nach links, weiter nach links unten. Ha! Hat dieser Sack mich schon wieder geholt? Oh, das Ding ist ja auch scheiße. Money, money, money. Alles gut. Die kommen hier, die kommen hier. Gleich mal, oh. Zehn Sekunden da. Oben war auf jeden Fall noch einer. Oh, der geht mir so auf den Sack, ne? Ist echt so. Der geht mir so auf den Knispel. Der geht mir so auf den Knispel. Ich mach eine Clemore hin. Zack. Was? Von wo? Unten auf der Treppe. Unten Treppe. Wieder ein Mozi, ey. Alter, der geht mir so auf den Knispel. Durchs Sofa durch. Scheiße. Treff die Sau. Hau mit Schild um. Nice. Und Gold. Oh ja, komm, Feiner. Jens, geh mal raus. Er hat einen, der hinter die Hände aufgespürt. Links. Ja, oder so, ne? Nice. Der ist hier bei mir, glaub ich. Nee. Die Banner. Wow. Ja, hat mich erschossen. Er ist bei mir. Der rennt aber, glaub ich, wieder raus. Da links. Oh. Oder da. Muss mal ein bisschen, äh, drohen mal, drohen mal. Dann muss Vigil seinen Dinger machen, dann weiß ich, wo er ist. Oh, das war klar. Ich hab's mir schon gedacht. Ich drohne an der Treppe und bin tot. Jupp. Nice. Aber das war nicht Cabara. Nee, das war Vigil. Bist du auf der Treppe oder ist er das? Das ist er, hier. Da ist er. Ja. Ja. Geh, oh mein Gott. Geh. Oh mein Gott, ich hab' ihn gehippt. Oh, Mann, ey. Ich, ich hab' den gehippt. Was ist denn los? Was ist denn gerade los? Eh nur Lack. Freispiel. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich will ihn von hier killen. Ich will ihn wieder von hier killen. Das ist meine Mission. Ja, wir machen noch ne Runde. Ich glaub, sie werden jetzt richtig scheu haben, weil sie es überhaupt nicht abkennen wie so'n Loot wie ich. Letzter verbleibender Gegner. Da krautsch auch noch einer rum, oder? Jetzt machst du die sechs. Jetzt machst du die sechs. Ich sag's dir. Hier, links. Alter, was ist denn los? Ja, ich weiß nicht, was... Sind heute sehr schlecht, die beiden, ne? Ja. Aber die Hitfuchsen nicht mehr. Mmh, komplett broke. Alter, mein Bild. So soll ich... Vor allem die Headshots. Ja. Ich komm' die Treppe hoch. Wo ist der? Der ist doch bei mir hier. Da! Nein! Der krautsch doch hier rum, ne? Was? Und wo? Jekyll. Hä? Der hat mich von hinten... Der ist in der Zentrale drin, ne? Ach, der hat... Schön von hinten leise geholt, ey. Ah, shit. Ah, werden auch Jekyll wegnehmen sollen, ne? Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir gewinnen. Wir gewinnen, ja. Ja. Eine andere Möglichkeit gibt's ja auch nicht. Krass, wie krass das backt. Aber es sind auch so viele Leute... Ey, guck die ganze Zeit die... Ich guck die ganze Zeit die Bombe an. Hat er nicht genommen. So, jetzt beide auf einmal. Die wollen ja nicht dumm klingen. Dumm sein, dumm. Ah! Ich weiß nicht, also... Aber... Ich will nicht ne Aufnahme sein. Das find ich ziemlich belästigend. Ich hab noch Wände. Wände! Wände! Ich hab noch Wände. Einer ist beim Krieren. Oh, was war's? Sind beim Schilds? Ja, da ist kein Schild mehr. Das ist... Bruh! Das wird ziemlich geil. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, ne? Gegen drei Viertel. Drop, pass auf! Oh, du Scheiße! Hä? Von wo, Digga? Von wo? Von wo? Oh, Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Hast du echt grad gefragt, was ein Besen ist? Ich dachte, das wäre irgendein komisch neuer Laserpointer. Was machen die hier? Kein Laserpointer. Riesengroß auf roter Wesen. Wirst du mich verarschen? Da oben croucht einer hin. Kann da mal einer hingehen? Ich hatte schon einen Sack mal geschlecht. Oh, Scheiße! Das süste Woll. Oh, Gott! Du hast Jenser geschossen. Oh, nein, 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 nein. Oh, Scheiße! Ich bin verbrannt. Ich bin verbrannt. Die scheiß Kanister. Die Bombe gefunden ist. Gelangst zu ihrer Position und entschärft sie. Warte mal, ist das ein Dings? Die hat aber einen fetten Arsch, oder was ist das hier? Ich habe seine Drohnen kaputt gemacht, alles gut. Oh, Mann, ich treffe die nicht. Die sind doch... Ey, Mann, ist das Puls da hinten? Das gibt es doch nicht. Puls hinten im Gang, Erik. Oh, Scheiße. Okay, mein Handy ist aber in meiner Hand drinne. Ja, ist bei mir auch. Zoom! Oh, ich wollte drauf. Hier liegt keiner rechts. In dem Raum ist auch keiner. In dem Raum ist keiner. In dem Raum hier, wo ich jetzt bin, wo die Bombe ist, ist keiner. Aber hinter dem Raum... Dahinter ist hier Tachanka. Oh, oh. Hier in dem Raum drinne, das ist Tachanka. Sonst ist alles frei. Alles frei soweit. Oh, Mann, der Raum hier, Manni. Ja. Pass auf, der Raum hier. Da in dem Raum. Der ist down, der ist down. Okay, aufpassen. Aufpassen, er kommt rein, er kommt rein. Ich aktiviere, er ist auf, nicht auf, nicht auf. Muss ich, kommt rein, er ist verstanden. Der ist... Der ist... Yes. Ach, der ist noch näher weggerauen. Voll reingelaufen. Oh, ja. Schädel, Schädel, Basisbruch. Oh, das war total. Ja, die bringen irgendwas an, die sind Dropper, glaube ich. Ja, Dropper haben sie aufgemacht. Ich bin bald troppe. Ich glaube, Garage ist niemand mehr. Ich gucke mal, Kamera. Ja, die sind drinne, die sind drinne, rechts in die Hecke, vorne. Der nächste ist drinne. Der nächste ist drinne. Der liegt, der liegt auch, der letzte ist ganz rechts im Raum. Ich bin bald, aber ich bin bald, aber ich bin bald, ich bin bald.